Huuu, endlich ist es vollbracht. Hahaha. Romeo, ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was wir mit diesem Hubschrauber und mit diesem Auto vorhaben. Haha, Luna Girl. Das ist kein gewöhnlicher Hubschrauber und kein gewöhnliches Auto. Das sind Tobota. Tobota? Was soll das sein? Haha, das sind eigentlich Roboter. Ich werde sie so programmieren, dass sie Böses tun. Das Gerät zum Programmieren ist bereit. Hach, die letzten drei Tage habe ich nur daran gearbeitet. Um den Rest kümmere ich mich morgen. Mit diesen Robotern wird sie weltweit mir gehören. Hahaha. Habt ihr das auch gehört, Leute? Ach ja, ich muss mich ausschlafen. Und morgen werde ich den Rest erledigen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie dieser Hubschrauber-Roboter funktioniert. Hey, Luna Girl. Was gibt es, Romeo? Bitte sei still. Ich will schlafen. Ist ja gut. Komm, geh auch du ins Bett. Okay. Wir müssen diese Roboter hier wegschaffen, bevor Romeo seine Arbeit beendet hat. Und solange er schläft. Aber wie stellen wir das an? Ich weiß es nicht, Eulett. Aber zuerst müssen wir diese Verbindungen trennen. Damit können wir anfangen. Am besten holen wir den Lastwagen und bringen die Geräte damit weg. Nein, ein Lastwagen würde viel Lärm machen. Davon könnte Romeo wach werden. Wir müssen eine andere Lösung finden. Hm, wo ist denn hier die Tür? Hm, wenn ich mich hineinsetze, kann ich sie bedienen. Hm, 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 ich finde sie nicht. Jungs, ich kann dieses Auto nehmen. Huch, ich glaube, ich habe einen Knopf berührt. Was passiert hier? Wow, kaum zu fassen. So wie es aussieht, hast du zufällig den Aktivierungsknopf gedrückt. Hey Leute, seid ihr sicher, dass Romeo diese Roboter noch nicht programmiert hat? Ich bin Tobut. Wow, Tobut, du siehst echt cool aus. Hallo, wir sind die Pyjama-Helden. Hallo, Pyjama-Helden. Haha, super. Scheinbar hat Romeo denn noch nicht programmiert. Romeo, wer ist das? Romeo ist unser Feind. Er wollte euch für böse Dinge einprogrammieren. Alles klar. Das bedeutet, dass mein Bruder auch deswegen hier ist. Er muss sich auch transformieren. Wow, der Hubschrauber kann sich auch transformieren? Das ist ja toll. So, die Transformation hat begonnen. Er ist dabei, sich zu verändern. Wow, mein Freund, dein Bruder ist auch ziemlich cool. Danke. Wow. Jetzt, da ihr transformiert seid und solange Romeo noch schläft, müssen wir hier weg. Kommt. Hey, Tobuts. Wie wär's, wenn wir zusammen arbeiten würden? Wir können zusammen die Welt retten. Was meint ihr? Gegen sie böse Wichte zu kämpfen, um die Welt zu retten, ist unsere Arbeit. Pyjama-Helden, wir sind einverstanden. Wir werden mit euch zusammen arbeiten. Hey, wartet Leute. Solange wir noch hier sind, lasst uns die Steuerung mitnehmen. Kommt, Tobuts, folgt uns. Die Folge-Funktion ist aktiviert. Freunde, welche Aufgabe sollen wir zuerst erledigen? Schreibt uns in den Kommentaren. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020